Ja, wir sind bei Drastmeinung Bart31. Es geht um Zahnstocher und das ist halt auch mal ein Thema, das war wirklich wichtig, dass das endlich mal besprochen wird. Dankeschön Rainer, dass du das endlich mal mit uns durchgehst. Ich bin schon gut getriggert vom Stream, von den vorherigen Folgen, was ich mir ja so angeguckt habe. Ich bleib immer ruhig, das Ganze geht 8 Minuten. Ich sage mal, wir schaffen das zusammen und würde einfach sagen, mein Lieblingsformat sehe ich, das ist wirklich mein Beileid auf jeden Fall an dich. Mein absolutes Beileid. Wir gehen rein, let's go. Metal Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute machen wir das Thema in Meinungsvideo Zahnstocher. Und jetzt muss man mal drüber nachdenken, was ist ein Zahnstocher? Der hier ist jetzt aus Holz. Normalerweise sind die aber auch aus Plastik. Also, vielleicht bin ich blöd, aber ich habe noch nie, ich überlege gerade, ich habe glaube ich noch nie einen Zahnstocher aus Plastik gesehen. Leute, klärt mich gern auf. Ich habe, ich bin ja meint, die sind immer aus Holz. Hä? Vielleicht gibt es das und ich weiß das nicht, aber noch nie gesehen. Und da fragt man sich letzten Endes, was genau macht man mit dem Zahnstocher? Ja, das freut mich natürlich. Bei dem Wort Zahnstocher, was macht man damit? Dann müssen wir mal kurz nachdenken. Bevor er jetzt hier mich natürlich aufklärt, möchte ich einmal meinen Senf zu dem Thema geben. Und zwar in erträglicher Länge und zwar kurz vorgetragen. Ich finde, Zahnstocher sind relativ okay. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe in meinem verdammten Leben dreimal einen Zahnstocher benutzt, wenn überhaupt. Weil, wenn was zwischen Zähnen steckt, dann kann man es aber auch einfach beim Zähneputzen entfernen. Wenn es aber dann doch mal so sehr nervt zwischendurch, dann sind halt Zahnstocher ganz nett. Ich muss jetzt aber sagen, das kommt so selten vor, dass ich den Nutzen von Zahnstochern doch ein wenig anzweifle. Ich weiß aber nicht, wie es da bei euch aussieht. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf Reinos Meinung. Und die wird mich bestimmt begeistern. Ein Zahnstocher ist natürlich dafür da. Um gut auszusehen. Um sich seine Zähne sauber zu machen. Aber, wie entsteht ein Zahnstocher? Ich meine, das ist ein Stück Holz. Okay, das ist nachvollziehbar. Aber wird ein ganzer Baum für einen Zahnstocher geopfert? Ja. Nein, Rainer. Es wird nur ein Baum für den halben geopfert. Und dann werden zwei Bäume geopfert. Die machen jeweils einen halben Zahnstocher. Und diese beiden Teile werden dann zusammengeklebt. Also es werden quasi für jeden einzelnen Zahnstocher zwei Bäume geslaughtert. Ganz normal. Ey, wirklich, dass der allein so eine Frage stellt, Mann. Natürlich normalerweise nicht. Aber es ist eigentlich schon heftig, wenn man bedenkt, dass Zahnstocher ja eigentlich auch mal Teil eines Baumes waren. Und es gibt welche aus Plastik. Ich habe sogar schon welche aus Metall gesehen. Habe ich noch nie gesehen, aber wenn es das gibt, okay. Wobei, ich glaube, letzte Zeit ist das nicht ganz so gesund. Und diese Aussage auch. Krass, wenn man bedenkt, dass das aus einem Baum kommt. Rainer. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber generell das Material Holz, ja, halte ich fest, das kommt aus Bäumen. Weißt du, was alles aus Holz ist? Die Hälfte deiner Bruchbude hat aus Holz bestanden. Wahrscheinlich 20% deines Gaming-Stuhls hat aus Holz bestanden. Weiß ich nicht. So viele Sachen bestehen aus Holz. Wenn du es genau nehmen willst, überall stecken Bäume drin. Aber im Zahnstocher ist das jetzt ganz besonders. Wir haben aufnehmen und jetzt läuft jemand hier vorbei. Natürlich, pass auf. Ja, wir haben schon mal eine Sache abgehakt. Hater vom Tor müssen natürlich erwähnt werden. Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf den Anruf oder auf die Nachricht der Fake-Freundin. Ist doch auch nicht normal, Alter. Na gut. Und er lässt es alles drin. Weil, so machen das Profi-YouTuber. Zahnstocher sind natürlich äußerst praktisch. Vor allem sind sie äußerst praktisch, wenn es darum geht, sich die Zähne sauber zu machen. Oder, äh, keine Ahnung, beim Handy dieses nervige kleine Ding zu drücken, wo die SD-Karten heutzutage drinnen sind. Ich würde behaupten, du kommst da mit einem Zahnstocher nicht rein. Das Loch ist zu klein. Hundertprozentig. Moment, ich habe mein Handy gerade hier. Warte. Verdammte Axt hier. Warte. Ach, wo ist denn die Hateröffnung? Ja, hier. Du kommst da niemals, du kriegst das noch niemals mit einem Zahnstocher auf. Nee, nee, nee. Nee, niemals. Das ist zu klein für einen Zahnstocher. Absoluter Quatsch. Ähm, ansonsten braucht man Zahnstocher eigentlich ja für groß gar nichts. Oder gefühlt gar nichts. Ich weiß nicht, was Leute noch machen. Ich meine, ich weiß, dass manche Leute, ähm, vor allem Kinder, wenn zum Beispiel, das haben wir als Kinder gemacht, wenn man mit Ton arbeitet. Da werden Zahnstocher oft benutzt und in der Mitte durchgeschnitten und dann so als Stacheln von einem Igel benutzt. Oder sowas ähnliches. Und das ist halt auch eigentlich interessant. Man kann auch Zahnstocher natürlich auch nutzen, um Modeling zu machen. Wobei man dafür normalerweise andere Sachen benutzt, aber ich habe auch schon viele Leute gesehen, die einfach einen ganz normalen Zahnstocher benutzen. Es kann natürlich auch sein, dass das ein Werkzeug ist, was nur aussieht wie ein Zahnstocher. Das weiß ich jetzt nicht. In welche Richtung geht dieses Video? Gleich erzählt ihr mir noch, wie er einen Mad Igel macht und den dann mit Zahnstochern frisiert, damit es ordentlich aussieht. Oh, ich meine, schöner Mad Igel und ich. Aber, Junge. Letzten Endes ist es wirklich so, dass Zahnstocher eigentlich in erster Linie ja für die Zähne da sind. Für die Zahnpflege. Und das ist auch wieder interessant, wenn man bedenkt, was wir Menschen alles für unseren Körper so zweckentfremden. Ich meine, wir benutzen einen Baum, um uns die Zähne zu putzen. Nein, Rainer, wir benutzen ein Stück Holz. Junge, Rainer, was für Baum, Alter. Zwischen einem Baum und einem kleinen Stück Holz aus einem Baum ist ein Riesenunterschied. Was ist denn nur los mit dir? Äh, wir benutzen Hufe und andere Haarteile, um Shampoo herzustellen für unsere Haare. Zumindest glaube ich, dass es irgendwie so ähnlich funktioniert. Irgendwas in die Richtung habe ich mal mitgekriegt. Und so Hufe von Pferden und so weiter werden dafür teilweise benutzt, glaube ich. Ich kenne mich da jetzt aber auch noch nicht aus mit, deswegen will ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehlen. Und, äh, ich weiß gar nicht, was wir noch alles benutzen. Äh, und zählen Fremden für weiße Geier was alles. Also, das ist schon heftig. Meint ihr, der Zahnstocher ist Rainers Ersatz für die Zahnpflege an und für sich? Ich meine, wir wissen ja, dass Rainer sich so gut wie nie die Zähne putzt, außer sie tun weh. Okay. Meint ihr wirklich, Rainer, ist sich dann immer mit dem Zahnstocher durch, durch die Zähne gegangen und hat gesagt, ja, ja, das passt schon so. Hättest du gesagt gehabt. Und Zahnstocher sind halt irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe Zahnstocher schon gesehen, das ist jetzt ein klassischer Zahnstocher, ne, einfach aus Holz, so mit zwei spitzen Enden. Aber ich habe schon Zahnstocher gesehen, die haben an der Seite so keine spitze Enden, sondern die haben irgendwie so einen Fächer an der Seite, wo an der Seite so ganz viele kleine Strieme links und rechts weggehen. Das Ding sieht lebensgefährlich aus. Ähm, und ich habe auch schon ganz, ganz merkwürdige Zahnstocher gesehen. Also, ähm, ich verstehe, wie man so einen Zahnstocher benutzt, aber wie benutzt man einen Zahnstocher, der an der Seite solche Prima-Dinger hat? Ich weiß leider nicht, was er meint oder ob er es gerade mit einer Zahnbürste verwechselt. Äh, ich habe keine Ahnung. Da hätte ich ja Angst, dass die Dinger abbrechen und mir erst recht in den Zähnen stecken bleiben. Und was mache ich dann? Den nächsten nehmen und noch mehr drin hängen lassen? Ne. Ähm, ich weiß auch nicht, wie die genutzt werden. Also, ich habe eigentlich immer einen normalen Zahnstocher benutzt, mein Leben lang. Damit bin ich super zufrieden. Damit bin ich auch immer super klar gekommen. Ähm, eine Zeit lang habe ich Plastik benutzt. Aber das ist jetzt wieder die Frage. Das ist jetzt eigentlich die perfekte Frage. Ist ein Holz oder ein Plastik gesünder? Nicht wie... Ist ein Holz oder ein Plastik gesünder? Hahaha. Nein. Ja, das ist eine gute Frage, Rainer. Weiß ich nicht. Wegen der Gesundheit vom Körper, sondern wegen der Gesundheit der Umwelt. Weil, naja, ein Holz-Zahnstocher verrottet. Aber er kostet uns Bäume. Ja, aber Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, Rainer. Und Plastik ist sowieso super schlecht für die Umwelt, Rainer. Ich glaube, die Antwort ist ganz schnell gefunden. Aber noch viel wichtiger ist, wen juckt das? Ein Plastik-Zahnstocher verrottet nicht. Kostet uns aber keine Bäume. Das ist eigentlich eine interessante Frage, wenn man so drüber nachdenkt. Ich persönlich glaube, die Holz-Zahnstocher sind gesünder für unsere Umwelt. Weil die Plastik-Zahnstocher halt einfach nicht verrotten. Weil die halt einfach dauerhaft da sind. Und das ist halt ungeil. Was... Hahaha. Der... Ja? Warum Rainer nicht für die Grünen irgendwie vorgetragen hat? Die verrotten nicht in der Umwelt. Und Leute, das ist etzerklar ungeil. Wählt die Grünen. Was allerdings wiederum bei Bäumen der Fall ist. Sie können nachwachsen. Obwohl das natürlich trotzdem scheiße ist, wenn man Regenwälder für Zahnstocher abmurkst. Alter Rainer, wer murkst, wie du es sagst, denn ganze Regenwälder für Zahnstocher abmurkst. Ja? Ey, Alter. Er hat ja prinzipiell recht. Es wird viel zu wenig abgeholzt und viel zu wenig nachgepflanzt. Ja? Gebe ich ihm absolut recht. Bäume sind die Lunge unserer Welt. Ja? Um jetzt auch mal hier so einen pseudoschlauen Spruch abzulassen. Aber Bruder Rainer... Hahaha. Zahnstocher sind jetzt, glaube ich, nicht das Hauptproblem. Ja. Vor allem, weil da viele Hunderttausende von Tieren ihre Lebensräume verlieren. Oh nein. Oh nein, Rainer. Wie viele Lebensräume haben denn die Tiere bei dir zu Hause verloren? Finde ich persönlich auch nicht besonders geil. Ähm, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass es speziell irgendwie Regenwaldholz ist. Hoffe ich jedenfalls. Ja? Weil wenn, dann gehe ich in Zukunft raus in den Wald und nehme mir einfach eine Eiche und baue mir einfach meine eigenen Zahnstocher. Das würde ich gerne sehen, Rainer. Bitte zeig mir das. Davon abgesehen, äh, ich habe so ein Päckchen, da sind, was ist denn da drinnen? Der Boi schreibt toller Kalenderspruch. Ich danke dir. 200 Stück. Die reichen mir eigentlich sieben, acht Jahre lang. Also, ich habe die, die ich jetzt hier habe, die Zahnstocher, die habe ich bestimmt schon seit fünf Jahren. Und die sind immer noch nicht leer. Ähm, ja. Und wie viele Bäume sind dafür draufgegangen? Ich hoffe nicht, denn mal einer. Ja? Das ist vielleicht ein Viertelbaum oder so. Oder ein Zehntelbaum. Wenn überhaupt. Mir fehlen die Worte. Ich bin wirklich absolut sprachlos. Ein Zehntelbaum. Okay, erst. Ach, das ist vielleicht sogar bloß ein Hundertstelbaum. Ach, Mann, Rainer. Es ist nicht mal ein Tausendstelbaum, so wie du das sagst. Rainer, weißt du, wie viele von diesen kleinen Zahnstochern du reell aus einem so einem Baum rauskriegst? Was für Hundertstel? Was für Zehntel? Da siehst du halt wirklich, der Mann hat überhaupt keine Vorstellungskraft. Das ist ja geisteskrank. Ja, da reicht es im Prinzip, wenn man so eine dünne Platte aus einem solchen Baum, so eine dünne Platte rausschneidet, müsste das reichen, um Zahnstocher herzustellen. Und da hat man immer noch mehr als genug, da können sich immer noch mindestens 50 Leute 100 oder 200 Zahnstocher holen. Na gut. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, Zahnstocher finde ich an sich eigentlich schon praktisch. Vor allem, weil ich das Problem habe, dass ich manchmal Sachen habe, jetzt wo ich älter werde auch, bleiben manchmal Reste von Fleisch zum Beispiel in eine Zahnlücke hängen. Ja, ja, Zahnlücke oder auch Löcher in Zähnen, die du sehr hundertprozentig auch haben wirst. Und natürlich musst du dann auch da drin rumpulen, um das rauszukriegen. Das kann ich mir schon vorstellen, Rainer. Aber Zahnpflege und generell auch Mundhygiene wäre ja vielleicht auch mal eine Idee. Ich warte übrigens die ganze Zeit darauf, dass die Fake-Freundin mal schreibt. Was ist denn da los? Ach so, oder zwischen den Zähnen. Ich habe speziell hier rechts einen Zahn, wo das genau hängen bleibt immer. Ich zeige euch dann, aus Solidarität zeige ich euch das jetzt mal nicht. Danke. Ich möchte ja nicht, dass ihr kotzen müsst. Das ist tatsächlich unironisch wirklich sehr nett. Aber da ist ein Zahnstocher schon sehr praktisch. Und in der letzten Zeit, seit ich jetzt älter werde, brauche ich immer öfter Zahnstocher, habe ich gemerkt. Stecher. Früher als Kind habe ich das überhaupt nicht gehabt, das Problem. Und als Erwachsener dann auch nicht eigentlich. Aber das ist jetzt erst in den Jahren, in den letzten paar Jahren ist es immer öfter der Fall gewesen, dass ich welche gebraucht habe. Aber bei mir ist es jetzt so, dass ich einen Zahnstocher nicht einmal benutze, sondern halt auch mehrmals. Ich benutze den Zahnstocher eigentlich im Prinzip, bis die Spitze abbricht. Und dann benutze ich die andere Seite. Und dann benutze ich den, bis die Spitze abbricht. Und dann schmeiße ich ihn weg. Und ja, das ist im Prinzip, finde ich, die einfachste Methode, um Zahnstocher zu benutzen. Okay, was gibt es über Zahnstocher noch zu sagen? Nichts, Rainer. Nichts, was ein 8-Minuten-Video rechtfertigt. Diese Plastik-Zahnstocher, wie gesagt, finde ich alles andere als angenehm. Zum einen sind die unangenehmer anzufassen, finde ich, weil das Holz fühlt sich irgendwie natürlicher an. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und ja, natürlich kann auch ein Holz-Zahnstocher abbrechen. Und ein Plastik an sich nicht. Aber die Seite von dem Plastik-Ding finde ich irgendwie lebensgefährlich. Die Dinger sehen aus, als wäre der, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Und finde ich nicht besonders interessant. Deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meinem Zahnstocher. Gut, ihr könnt mir eure Meinung ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, bitte, Leute, ihr habt es gehört, bitte mal eure Meinung über Zahnstocher wieder in die Kommentare. Das ist ja wirklich mal ein super-atomisches Video wieder gewesen. Ich lese auch ab und zu mal die Kommentare. Es sind interessante Sachen manchmal dabei, interessante Meinungen. Ansonsten danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat beim nächsten Stream und Video wieder mit dabei. Bis dahin und haut rein. Tschö, tschö mit... Ja, Leute, was soll ich sagen? Schreibt mal gerne eure Erfahrungen mit Zahnstochern rein, weil das ist einfach super wichtig. Und richtig einfach auch für die Zahnstocher-Community ist. Also das Video, muss ich zugeben, war tatsächlich sehr erträglich. Das Thema wieder absolut banal. Hätte man wirklich gar kein Video drüber machen können. Die Freundin war mir ein bisschen sehr unpestig diesmal. Die Freundin aus Denkende mit der Fake-Nachricht. Aber ansonsten war das okay. Ich vergebe 4 von 5 Ofenkäse für dieses Video.